so und noch ein replay gerade fertig mit dem einen kommt das nächste und dann jetzt schon wieder eins das spiel läuft auch schon ist das nicht geil hier wird das so mache es ist natürlich wieder escape tvp diesmal alle matchups tv 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 flash escape diesmal wie hieß die das war hier wie ist das hier auf den fahnen kohal oder was mit kohal aber der protos der hat doch schon wieder der tom hat im schilde hier etwas im schilde führt er was erwartet er wieder ein wortspiel hier der protos führt was im schilde diese war von hf proxy gateway canon rush double 10 geht peter wow hier geht richtig ab da kommt escape angefahren und sind hier bei seiner scouting ohne hier ist ja nichts runde beendet nichts gefunden was chrono wenig props und escape bin jetzt schon mal die propa und hier schon mal hier geistesgegenwärtig den bucker aber er bauten tech web wieso brauchst du denn nur ein zeloten mann also escape findet die luken vielleicht kann man kann natürlich auch gleich moral anbauen nicht aber dass man riefer auch nicht schlecht factory auch wie dass man hier auf die baracke einprügelt die halbe baracke zu kloppen und dann fällt die meiner scv aber jetzt erst mal hier bei scv verkloppen wie stark der schweeper ist und das war das interessiert überhaupt nicht die gesagt wie so war ja aber abgedacht er hat gewonnen scheiße da die letzten ja schon wieder über ein spiel auf ohana wie unfassbar stark rüber da noch waren da kein orbital keine stb beziehungsweise nur noch 12 da steht noch eins hier ist noch eins im gas aber hier hat 600 kohle ich brauche sich eine ford 96 schon längst gemacht haben macht jetzt nicht so schlecht dafür auch mal ein bisschen micro und können die ss und alles dabei war ja hier mit dem kiting beschäftigten der reaper hier super strong naja die kanonen da ich würde mal lieber eine hier hinbauen ach ja die bombe weil die weil dasrad york tat So. Na, er kann ja jetzt einfach hier dran vorbeifahren und von hinten alles wegknistern. Also, er bräuchte hier auch eine Kanone. Ja, diese Bomben, ey. I win! Er ist richtig gut, Alter. I win! I Protoss. Okay, make the pot for you. Nicht nur scheiße, sondern auch noch frech. Okay. Come on, your army! Hey! Oh. Wie sie die Bomben schmeißen, das ist einfach geil. Okay. 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 Mittlerweile läuft das hier drüben auch wieder Flash. Escape im Supply Four, ne? Okay. 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 So. 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 Ich hab mehr Army als Vidu. Ich hab sogar ein Orbital. Und Marana hab ich schon gebaut hier. Guck mal, und dem fang ich grad an. Ja, natürlich. Jetzt gibt's gleich noch DTs. Was auch sonst? Naja, check die Lage. Ich hab vielleicht nicht, ob wo eine Hidden Base steht. Das ist auch gut. Piesel, wow! Robo gibt's auch noch alles. Doch. Ach doch. Kommt nicht mehr raus. Noch mal abbrechen. Schon wieder eingeklemmt. Wer traut sich? Komm, noch mal. Ah, Glückwunsch. Sehr gut. Komm, geh raus. Da hat er schon. Torrid hat er sogar auch schon. Alles gut. Ja, schön die Tees, ja. Ich hab da mal ein Torrid für dich gebaut. Ja, ich hab da mal ein Torrid. Manchmal kann Sternkraft so einfach sein. Oh, da ist er rausgegangen. Na schade. Pieselwau, war knapp. Lief. I win. Natürlich. I win, you not. Das ist auch schon gut. Na gut.